Das Temperaturradar zeigt in den nächsten Tagen in vielen Regionen frühlingshafte Temperaturen um 15 und im Süden sogar bis fast 20 Grad an. Doch typisch für den Frühling lauert hier oben im Norden noch kalte Luft und schnell kann es einen Wetterwechsel geben. Und genau das steht am Wochenende auf dem Programm und damit herzlich willkommen bei WetterOnline zu einem Ausblick auf ein nass-kaltes Wochenende. Ursache ist diese hier in blau markierte Kaltluft, die sich von Grönland her mit diesem Tief auf den Weg zu uns macht. Die Karte zeigt die Temperatur in etwa 5000 Meter Höhe und da wird deutlich, wie die Kaltluft am Wochenende zunächst den Nordwesten und anschließend auch etwas zeitverzögert den Süden und Osten Deutschlands erreicht. In etwa 5000 Meter Höhe kommt dann immerhin minus 35 Grad kalte Luft bei uns an. Und das ist schon ganz ordentlich, aber ganz so kalt wird es natürlich am Boden nicht. Meistens bleibt es bei Höchstwerten zwischen 5 und 10 Grad. Unsicherheiten gibt es vor allen Dingen noch im zeitlichen Ablauf. So könnte es am Samstag zumindest in der Südosthälfte noch etwas milder bleiben, wie hier zum Beispiel vom europäischen Wettermodell simuliert. Spätestens aber am Sonntag gehen nach vielen Vorhersagen auch dort die Temperaturen zurück. Aber ähnlich wie hier für Köln der WetterOnline App zu sehen ist, bedeutet dies einen Temperatursturz um etwa 10 Grad und das in nur zwei bis drei Tagen. Typisch für diese Wetterlage mit der Höhenkaltluft ist klassisches Aprilwetter. Das heißt windige Schauerwetter mit Graupeln, mit einzelnen Gewittern. In den höheren Lagen der Mittelgebirge sieht man sogar noch einmal etwas Schnee und im Süden mischen sich nasse Flocken sogar bis ins Flachland unter. Allerdings werden die Flocken angesichts der Plusgrade tagsüber nicht liegen bleiben. Es gibt also keinen richtigen Wintereinbruch, aber es fühlt sich ganz anders an als aktuell. In der Karwoche zeigt der Temperaturtrend dann so langsam wieder nach oben. Also Augen zu und durch. Ich bin Verena Leyendecker von WetterOnline.